Also, ich habe immer gelernt, wenn wir auf der nächsten Zeit auf der Leiter stehen, ne? Ich bin gar nicht dafür. Jena ist ganz schön mutig. Okay, okay! So, Mittagszeit jetzt. Echt? Schon Mittagszeit? Schon um 12. Wir haben schon ein bisschen was geschafft. Und wir haben noch nichts geschafft, wollte ich gerade sagen. So, doch. Die Fenster sind schon repariert. Ja schon, die Fenster sind schon repariert. Hi Leute. Moin. Moin. Ja, das erste Essen in der grünen Kombüse gibt es heute nicht in der Küche zubereitet. Denn die sieht noch aus wie Sau und da ist noch kein Herd drin. Deswegen hier auf meinem kleinen Gastkocher eine Suppe, die ich zu Hause gekocht habe. Und ja, gestern gab es eine super frohe Botschaft und zwar... Kommelwirbel. Der Bankkredit ist genehmigt. Ja! Endlich! Auf nach Mallorca. Nein. Nein, natürlich nicht. Also... Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir freuen uns. Riesig. Riesig. Wir haben da jetzt glaube ich fünf Wochen drauf gewartet. Und jeden Morgen des letzten Tage, jeden Morgen bin ich aufgewacht, aufs Handy geguckt und hab mir gedacht, immer noch keine E-Mail oder keine Nachricht oder... Ja. Hat lange gedauert, aber was lange währt, wird endlich gut. Auf jeden. Auf jeden. Ja, gestern hat der Maler angefangen, der Sattler. Genau. Und hat schon mal mit den Fetzern begonnen, die abzuschleifen und zu streichen. Das wird auf jeden Fall einige Zeit in Anspruch nehmen. Schätze ich mal. Deswegen lässt die grüne Farbe an der Wand noch ein bisschen auf sich warten. Aber bis nächste Woche, Anfang der nächsten Woche sollte das eigentlich dann auch endlich mal eine grüne Kombüse und keine rote Kombüse mehr sein. Ja. Sehr schwierig. Heute standen die Leute schon Schlange hier vorne, aber nicht zum Essen, sondern... Termine. Termine, 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 Termine. Ja, irgendwie wurden zwei Fenster repariert. Das eine sollte zugehen. Und das andere sollte aufgehen. Sollte aufgehen. Genau. Die NNN waren hier, also die... Neuesten Norddeutschen Nachrichten. Okay, gut. Ich wollte jetzt nichts Falsches sagen. Ich wollte die Kurve gekriegen. Einige von euch werden vielleicht wissen, was jetzt gekommen wäre. Die war hier und hat uns ein bisschen interviewt, hat ein Foto gemacht. Und wir sind ja heute auch in der Zeitung drin gewesen, schon in der OZ, in der Ostsee-Zeitung. Habe ich jetzt weggeholt, weggebracht. Kann ich mal holen? Ja, das habe ich erzählt, wie wir den Tisch halten oder reintragen, wie auch immer. Ja, ein sehr guter Artikel. Ja, dann war noch die Frau von der Außenwärmung hier heute. Oh, die nächste kommt auch schon. Hallo. Guten Tag. Hallo. Kommen Sie ruhig rein. Wie können wir helfen? Ne, essen kann man hier ja nicht. Ne, ne. Hier ist ganz viel Rüppel hier. Ist alles noch, alle Sachen Arbeit. Hier riecht das nur an Arbeit. Ja. Ne, viel Spaß noch. Danke. Dankeschön. Steht ja auch dran, einfach nur ein Konzept. Ja, wir hatten gerade die ersten Gäste. Also es kommt noch Leute essen auf jeden Fall. Vorher stehen wir bei der Außenwärmung, genau. Außenwärmung. Da war schon mal eine nette Dame und hat uns schon mal beratschlagt und wir haben schon mal ein bisschen ausgemessen und geguckt, was passen könnte und wie wir das gestalten wollen. Genau. Ja. Achso, ganz nebenbei. Vielen Dank an alle Mitarbeiter, an alle Schles-Hagen-Mitarbeiter, die hier mitgewirkt haben. Also wir haben hier eine schöne große Abschiedskarte bekommen. Halt mal kurz. Ja, mit vielen Unterschriften und so weiter. Ganz toll, haben uns riesig gefreut auch über dieses schöne, langen, haltbare Gemüse. Eine Banane. Ja, auf jeden Fall eine schöne Deko. Also wir haben schon überlegt, ob wir jetzt so ein bisschen auch so in etwa vielleicht unsere Deko gestalten wollen. Da sind wir auch schon überlegen. Aber mal gucken, was wir nachher genau machen werden. Auf jeden Fall vielen Dank Leute. Ja, wir haben uns sehr gefreut, fand ich sehr lustig auf jeden Fall. Eine Zigarre. Achso, der Lauch. Herr Schawinski, erzähl sie uns weiter zusammen. Ja, heute werden wir auf jeden Fall die Küche noch mal weiter putzen. Wenn das klappt, werde ich es mal ein bisschen im Zeitraffer darstellen, mal schauen. Und der, ja, der Maler hat heute abgesagt, aber ist auch nicht so schlimm, weil wir heute Nachmittag mit unserer, ja, mit Marike, unserer Designberaterin, sozusagen zum, wo fahren wir nochmal hin? Früher vergessen. Auf dem Flohmarkt. Auf dem Flohmarkt. Da gibt es wohl irgendwie ganz besondere, viele Sachen, die wir uns einfach mal anschauen wollen. Ja, deswegen passt das heute auch ganz gut. Ja, wir essen es erst mal Mittag und dann geht es weiter mit Putzen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis demnächst. Tschüssi. Tschüssi. Jось Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020